Yudhasana, die Kriegerstellung, die Kämpferstellung, manchmal auch als Faustkämpferstellung bezeichnet. Yudhasana gehört zu den Stellungen, die das Selbstbewusstsein und Durchsetzungsvermögen trainieren sollen. Wir üben Yudhasana bei Yoga Vidya eigentlich nicht, denn wir wollen eher friedfertig sein, auch wenn wir Virabhadrasana üben, welches die Heldenstellung ist. Mahatma Gandhi ebenso wie Swami Shivananda haben mal gesagt, um wirklich Ahimsa üben zu können, muss man stark sein. Und so gilt es durchaus, mutig und heldenhaft zu sein, aber auch loszulassen. Raffaella wird Yudhasana vormachen und dann verstehst du, warum vielleicht hier durchaus die Kriegerstellung im Vordergrund steht. Du bist in Ashwa Sanchalasana, also in der Sprinterstellung und dann hebst du den linken Arm nach vorne aus und machst eine Faust. Und mit der rechten Hand machst du auch eine Faust. Du kannst die Fausten neben den Rippen haben, an der Hüfte haben oder auch Schützen vor dem Brustkorb gelagert. Raffaella macht noch die andere Seite und dann siehst du vielleicht, wie es von der anderen Seite aus aussieht. Und so kannst du Selbstbewusstsein trainieren. Natürlich, es gibt auch die verschiedenen Kampfsportarten in Japan, in Korea und in China und auch in Südindien sowie Kalari, wo es vieles gibt, wo man auch diese Stellungen übt, um Selbstbewusstsein zu haben. Man sagt manchmal auch, wer stark ist, muss nicht kämpfen. In diesem Sinne ist Yudhasana die Kämpferstellung, Faustkämpferstellung oder wenn jetzt Raffaella den Finger so hat, könnte man auch sagen, das ist wie der Speerkämpfer oder du könntest sagen, du strahlst jetzt Licht aus. Und sie lächelt dabei, es gibt auch den lächelnden Kämpfer und vieles kann man auch machen im Sinne von, wir haben Selbstbewusstsein, wir strahlen Dinge aus. Und es gibt auch den schönen Ausdruck, wahrhaft siegt, wer gar nicht kämpft. Umgekehrt gibt es aber auch Bücher wie der friedvolle Krieger. In diesem Sinne, solange du es gewaltfrei machst, hier kann es hilfreich sein, Mut, Willenskraft, Durchsetzungsvermögen zu entwickeln und durchaus auch bereit sein, sich für die gute Sache zu engagieren. Manchmal wird gesagt, der Klügere gibt nach. Allerdings, wenn das konsequent betrieben würde, würden irgendwann die Dummen die Welt regieren. Das wollen wir auch nicht. Der Klügere gibt immer danach, wenn es ihm nicht so wichtig ist und anderen wichtig ist. Und wenn es wichtig ist für die gemeinsame Sache, dann ist er auch bereit zu kämpfen.